Touch & Go, den vollautomatischen Dosenöffner. Verabschieden Sie sich von Ihrem bisherigen Dosenöffner, bei dem Sie die Dosen noch festhalten müssen. Der Deckel in die Dose fällt. Ups, oder Sie sich sogar noch schneiden können. Entscheiden Sie sich für Touch & Go, den vollautomatischen Dosenöffner. Denn so geht's mühelos, schnell und sicher. Einfach Touch & Go auf eine runde Dose aufsetzen, startdrücken und fertig. Der Deckel wird jetzt vollautomatisch abgetrennt. Jetzt nur noch ausschalten und den Deckel abnehmen. Durch den eingebauten Magneten ein Kinderspiel. Mit Touch & Go, dem vollautomatischen Dosenöffner von Kaufstar, machen auch Sie das Dosenöffnen ab sofort zur mühelosen, entspannten Angelegenheit. Schauen Sie hier noch einmal. Ansetzen, einschalten, fertig. Die Dose wird vollautomatisch geöffnet. Der Deckel bleibt an den Magneten hängen und kann ganz einfach entfernt werden. Touch & Go. Der vollautomatische Dosenöffner in vielen trendigen Farben. Hier erhältlich. Wir haben gerade gesagt, Mann, als wir früher jung waren, da sahen Dosenöffner ganz anders aus. Da hast du dann die Hand gebrochen beim Dosenöffnen. Vor allem, da hat man hier wirklich dieses Schwielen gehabt. Und ich finde halt praktisch, ich sage selber, jünger werden wir nicht. Wir haben jetzt auch eine älteren Bekannten diesen Dosenöffner gegeben. Hervorragend geeignet für Links- und Rechtshänder. Und jetzt ist er fertig. Ja, und das ist das Geniale. Schauen Sie sich das an. Hey, da kann ich ja quasi den Deckel wieder auf die Dose draufsetzen und quasi wiederverschlissen. Genau, und dadurch schließe ich natürlich aromadicht. Und das machen Sie bitte nur, wenn Sie unseren Touch & Go bestellt haben. Das muss man dazu sagen. Hier schauen Sie sich das an. Hier schneide ich es mir nicht in die Finger. Und Sie haben es im Film gesehen, das kennt man halt von früher. Es schließt komplett dicht. Und das ist halt der Vorteil. Und so können Sie jetzt auch zum Beispiel, kleiner Tipp, noch Müll sparen. Jetzt haben wir unten schon mal aufgemacht. Hier einfach nur noch runterdrücken. Auf Wiedersehen. Und schauen Sie das. So, kleiner Platz. Und vor allem, die Batterien sind auch noch mit dabei. Gratis. Gratis mit dabei. Das muss man dazu sagen. Und ich kann nur die Farbe aussuchen, habe ich gerade gesehen. Weiß mit der 1, weiß-rot mit der 2 und schwarz-weiß mit der 3. Auch ganz neue Farben. Ganz neue Farben. Absolute Trendfarben. Hier auch wirklich gleich 2, 3 bestellen. Also wie gesagt, für alle Dosen geeignet. Komm, zeig das unseren Kundenvaters ruhig nochmal ein. Weil das ist wirklich sensationell. Ja. Ja? Es ist echt praktisch. Jawohl. Also, für 10 Euro die ganzen alten Dosenöffner raus, wo die großen Splitter noch irgendwie hängen bleiben oder sowas. Ja. Vor allem, er läuft ja von selbst rum. Das ist ja halt der Vorteil. Schauen Sie sich das an. Magic. Er macht ja gar nichts. Magic. Und das finde ich halt der Vorteil. Für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Ja? Für runde Dosen, für die eckigen Dosen, für große Dosen, für kleine Dosen. Und das ist halt der Vorteil. Jawohl. Da haben wir unseren Touch-and-Go. Suchen Sie sich bitte gerne Ihre Farbe aus. Ja. Rot-Weiß mit der 1, Rot-Weiß mit der 2 oder Schwarz mit der 3 und der Raute-Taste. Ja, genau das ist es. Dann tust du dir weh, dann verletzt du dich, dann schneidest du dich. Dann bleibt noch irgendwie ein Abrieb hängen oder irgend sowas. Hier nicht mehr. Und vor allen Dingen einfach, ohne Muskelkraft, ohne Aufwand, drauflegen. Einfach aufsetzen. Richtig. Oberkante wird entschärft. Und Sie könnten quasi auch wieder den Deckel oben draufpacken. Guck mal, der ist sogar magnetisch. Toll, oder? Also. Praktisch, ne? Also super. Und vor allem sauberes. Die haben keine große Kante mehr. Viel Spaß damit. Fünf haben wir noch dabei. Au.